In diesem Kapitel wird die Herstellung von Kohle- und Glasfaser verstärkten Kunststoffen beschrieben. Bevor ein Werkstoff verarbeitet werden kann, muss dieser erst einmal hergestellt werden. Im Gegensatz zu metallischen Werkstoffen kann dies nicht über ein Gießverfahren geschehen, sondern bedarf höherer Komplexität. Sowohl Kohlefaserkunststoffe als auch Glasfaserkunststoffe bestehen aus einer Polymermatrix und einem Geflecht aus Fasern. Befassen wir uns zunächst einmal mit den Glasfaserkunststoffen. Wie entsteht eine Faser aus Glas? Entscheidend ist, dass die Fasern ähnlich einer textilen Faser besonders dünn sind. Dazu werden Rohstoffe, die auch zu 13 in der Glasherstellung benutzt werden, vermengt und eingeschmolzen. Darunter Quarzmeer, Kaolin, Kohlemanid, Dolomit, Kalkstein und Flussspat. Bei einer Temperatur von ca. 1400 Grad Celsius und einer Viskosität von 30 bis 100 Pascal Sekunde fließt das flüssige Glas durch tausende 1 bis 2 Millimeter dünne Spindüsen. Das Abziehen der sogenannten Filamente geschieht kontinuierlich mit Hilfe einer Aufwicklung, welche den Faden mit einer Geschwindigkeit von 80 Meter die Sekunde bewegt. Nur so und über das Abkühlen mit Wasser und Luft kann eine Kristallisation vermieden werden. Die einzelnen Filamente, jedes von ihnen nur wenige Mikrometer dick, bilden zusammen einen Faden. Aufgewickelt kann er als Roving weiterverarbeitet werden. Kohlenstofffasern hingegen sind jene technische Fasern, welche in einem Temperaturbereich von 1000 bis 2000 Grad Celsius hergestellt bzw. behandelt wurden und deren Kohlenstoffgehalt zwischen 92 und 99,9 Gewichtsprozent liegt. Denkt man kurz über Kohlenstoff nach, kommen einem Graphit und Diamant als natürliche Rohstoffe in den Sinn. Diese sind jedoch unlöslich und unschmerzbar und daher für die industrielle Nutzung unbrauchbar. Die Lösung ist eine Pyrolyse nicht schmerzbarer Kohlenstoffpolymerfäden, wie den Polyacrylnitrilfasern. Dies sind meist strukturell vorgeformte, hochmolekulare Materialien, sogenannte Precursor. Chemisch wird die ursprüngliche Struktur des Precursors über Pyrolyse in gekoppelte und geregte Strukturen umgewandelt. Hierdurch liegen die Precursor näher beieinander. Der Kohlenstoffgehalt der Fasern nimmt dabei deutlich zu. Das weitere Aufheizen, zum Beispiel unter Argon, auf ca. 2000 Grad Celsius, führt zu hochzugfesten, hochmoduligen oder ultrahochmoduligen Typen, abhängig von dem für diese Behandlung gewählten Temperaturzeitverlauf. Das fertige CFK-Produkt erhält man durch die Verbindung der Kohlenstofffasern mit einem ausgewählten Polymer, der sogenannten Matrix. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, die Faser innerhalb der Kunststoffmatrix anzuordnen. Die einfachste ist das Sprühverfahren. Dabei wird die Faser vom Roving abgewickelt, zerschnitten und zusammen mit dem flüssigen Harz samt Hertha mithilfe von Druckluft aus einer Pistole gepresst. Hierdurch entsteht ein zufällig angeordnetes Gefüge, das aus kurzen Stücken besteht. Deutlich anspruchsvoller ist die Erzeugung eines bestimmten Gefüges. Mit dem Anspruch wächst jedoch auch die Belastbarkeit des Werkstoffes. Die Matrix verhindert, dass sich die Fasern gegeneinander verschieben. Diese besteht meist aus mehrlagigem Kunststoff, welcher als Verstärkung eingebettet wird. Durumere, wie zum Beispiel Epoxidharze oder Thermoplaste, finden hierbei häufig ihre Anwendung. Dabei wird die Fasermatte zwischen zwei Trägerbändern mit Harz gezogen und verschmolzen. Die Verstärkungswirkung des Harzes ist umso besser, je mehr der E-Modul des Harzes sich dem der Kohlenstofffaser annähert. Daher ist Epoxidharz besser als Polypropylenharz. Zusammenfassung Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Fasern und Matrix. Die Fasern sind in die Matrix eingebettet. Die Fasern bestehen aus Kohlenstoff oder Glas. Die Matrix aus Polymeren wie Epoxidharz. Hohe Temperaturzeitverläufe fordern erhöhte Herstellungskosten und längere Fertigungszeiten. Dieapsverläufe fordern Los- und Matrix-Fatraum. Ab Fair. Verwärter・・・ Verwärter Sch биens Ser Verwärter Verwärter Entschl bacch wird Verwärter 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 Anklוב�